dieser samstag herzlich willkommen meine freunde zu einem weiteren channel of the day für dieses wochenende heute habe ich mal wieder einen vlog kanal und gleichzeitig aber doch ein etwas anderen als sonst wir schauen mal auf den kanal von ankart ankart ist ein kanal der beiden schwestern anna maria und katharina und wir sehen immerhin 331.023 abonnenten das ist natürlich schon ganz ordentlich wir schauen mal in die kanalinfo rein und sehen hier zuerst da sind die beiden hauptkanäle von anna maria und katharina und ja hier könnt ihr uns von einer ganz anderen seite kennen wir haben jetzt einen gemeinsamen vlog kanal hier werdet ihr videos aus unserem alltag sehen wir wollen auf diesem kanal einfach ganz private ausschnitte und erlebnisse aus unserem leben teilen wir haben euch lieb eure anna und kat ja finde ich das süß wir sehen die playlist fünf stück an der zahl die mag ich natürlich wieder abgezogen und wie ihr sehen könnt das sieht mir alles böse nach urlaubsvlogs aus wir schauen aber trotzdem mal auf das älteste video das ist jetzt zwei jahre alt und trägt den tollen titel wir sind am durchdrehen hey leute willkommen auf unserem neuen kanal heute also jetzt bin ich gerade in barcelona gelandet zusammen mit meiner gewinnerin vom land of fashion contest sozusagen und ja heute geht es um barcelona wir werden wieder coole challenges machen und so weiter wir werden also wir jetzt geht es auch bald los jetzt fahren wir bald los mit den autos und dann geht so jetzt sitzen wir schon im auto und die erste challenge geht gleich los und sie muss durch barcelona fahren hast du angst ja wie ihr sehen könnt bild und tonqualität gibt es nichts zu bemängeln natürlich außen geräusche sind immer da wir schauen mal auf das zweite ich habe aus den playlist mal die florida vlogs rausgesucht und fand den titel kat ist kein mensch sehr interessant hallo good morning in the morning ich bin jetzt hier mit hazel und gucke ein bisschen den disney channel und wir gucken casey undercover ist das nicht der Mann von jesse ah do you know violetta ich bin in der luft bin im flugzeug bin ich superman ha ha und wie ich gesagt habe ich bin Chuck Norris ich bin gerade auf dem weg zur tankstelle also definitiv typische vlogs und es gibt ja sehr viele leute die gerne die vlogs oder vlogs andere leute sich anschauen und ich finde es ganz interessant dass in dem fall das mal ein gemeinschaftskanal von zwei schwestern ist werfen wir einen blick aufs aktuellste video so sind leider die zustände hier bitteschön guten morgen guten morgen was ist denn los Das ist zum allerersten Mal Pizza, aber ich glaube, er mag es nicht so. Deswegen haben wir ihm noch Chicken bestellt und noch Reis. Wir haben uns Bottomless Ice Tea bestellt. Das heißt, es wird immer nachgefüllt, wenn man es ausgetrunken hat, dann wird es jedes Mal aufgefüllt. Der Opa hat etwas Neues erfunden und zwar isst man heutzutage hier. Allgemein, es lohnt sich sicherlich, wie gesagt, für Leute, die Interesse haben an Vlog-Kanälen, da mal reinzuschauen und mal diese vielen Blicke oder Perspektiven aus anderen Ländern mal mitzubekommen. 911 Videos findet ihr auf diesem Kanal. Das ist natürlich auch schon eine ganze Menge für einen Vlog-Kanal. Und ja, dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein, am Anfang, als ich kurz die Originalseiten, wie sie es so schön nennen, die Hauptkanäle, wie ich es so schön nenne, wie sie es selber so schön in ihre Kanal-Info nennen, da war der eine bei Anna-Maria Damm. Und falls bei euch noch jemand dabei sein sollte, der von Anfang an immer mal wieder bei mir reingeschaut hat, bevor es The Channel of the Day gab, hieß die Rubrik bei mir ja Sven Talks About YouTube Channels. In dem Playlist könnt ihr da auch noch alle Videos von anschauen, die habe ich natürlich nicht gelöscht. Unterschied zu den Channel of the Day, damals habe ich noch nur freitags ein Video hochgeladen und in diesem einen Video dann drei Kanäle vorgestellt, statt Freitags, Samstag, Sonntag jeweils einen. Und in der dritten Folge, ich habe mir das aufgeschrieben, das war am 11. Mai 2016, also vor über einem Jahr, da habe ich unter anderem auch den Kanal Anna-Maria Damm vorgestellt. Dass ich dir jetzt zusammen mit ihrer Schwester in diesem Vlog-Kanal wieder vorstelle, ist wirklich zufällig, wusste das vorher nicht. Ich habe das erst gesehen, als ich die Kanal-Info mir angeschaut habe. Ja, so kann es sein, so klein kann die YouTube-Field sein. Ja, meine Freunde, das war's für heute mit der Vorstellung. Kurzer Blick aufs Datenblatt. Das war der 172. Kanal. Wir haben die 80 Millionen Marke geknackt an Abonnenten, nämlich genau 80.150.008. Und jetzt sind wir bei 136.883 Videos, die ihr auf all den 172 Kanälen euch anschauen könnt, die ich euch bisher vorgestellt habe. Ja, meine Freunde, wie gesagt, das war's für heute. Ich danke euch wieder mal für euer Zuschauen. Morgen gibt's mal wieder einen Talk-Kanal. Hatte ich auch lange nicht mehr. Und wer möchte gleich auf der Endcard noch einmal der Modellbahn-Kanal, den ich gestern vorgestellt habe, verlinkt. Ansonsten, wie immer, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen tollen Samstagabend. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.